Ich bin sehr glücklich hier, sehr zufrieden. Ich habe in Frankfurt eine Familie gefunden und ich habe Spaß mit den Jungs zu arbeiten. Von daher war Logis für mich in meinem Kopf, dass ich diese Wege weiter mache und so kann ich mich weiter konzentrieren auf dem Platz und auf dem Wichtigsten, dass wir eine gute Leistung bringen können. Es ist nicht immer einfach in einer Saison, du hast gute Phasen, du hast weniger gute Phasen. Es ist wichtig, dass wir unsere Mentalität behalten, unsere Wille, unsere Leidenschaft. Das ist unsere DNA in Frankfurt. Die Leute haben sich gerne, wenn sie eine Mannschaft sehen, die kämpft, die ragt, die läuft, die macht viel Fußballpower. Und ja, das ist ein bisschen mein Ziel, um diese Erfahrung zu den Jungs zu geben oder sie zu unterstützen, wenn sie brauchen. Mein Ziel ist immer alles zu geben für meine Mitspieler und für diesen Verein, für diese Fans. Ich spüre dieses Vertrauen und das ist mein Ziel. Also ich habe hier Spaß für diese Tradition für Vereine zu spielen und ich bin sehr glücklich über das. Was ich erlebe hier ist wie ein Ritter Frühling, weil du hast so viel Spaß an Europa League, so viele Leute, sie kommen nach Rom. Wir sind schon ausverkauft für alle, unser Heimspiel, wo in Europa liegt. Für nächstes Jahr, das ist, was kannst du mehr als Fußballspieler wollen. Das ist ein Traum.